moin moin und willkommen schöne grüße vom feuerberg elli und ich sind auf der switch unterwegs um unsere kristalle wieder zu bekommen die die garstige garstige uns geklärt hat und die werden wir finden irgendwo im auf unterm feuerberg wir gucken mal ja die garstige garstige gut und jetzt rein geht sie auch wieder hoch ein gewand mal rein ich müsste auch den nächsten kristall mal finden oder mich schon so ein bisschen ich glaube es ist ein wahre anführung warum ist eine bombe die brauchen wir garantiert für irgendwas nochmal wofür die sein könnte ich weiß schon okay müssen wir das feuer stellen können wo muss das also das feuer geht irgendwann aus dann können wir das da direkt durchschießen zack das muss gut geteilt sein wie man sieht war das schlecht geteilt von mir muss wirklich sehr gut geteilt sein jetzt erstmal ach das war knapp was aber knapp warte mal da sind ein paar mist ein bisschen dauern glaube ich weil da muss man wirklich das richtige timing finden ja das bringt ein tück das ist deswegen auch so okay doch nicht so viel mit timing hi so hier runter oder da runter defekt egal so da kommen wir aber nicht hoch wir hätten doch einen anderen weg gehen soll wahrscheinlich jetzt mal hier hoch wieder ah aber schnell hier eieiei jetzt wird es ein bisschen heiß oh nein müssen wir mal aufpassen hier boah das erste mal dass wir wirklich knapp sind mit den herzen aber die füllen sich jetzt schon wieder auf aber die füllen sich jetzt schon wieder auf so 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 es ist auch gar nicht so einfach hier den weg zu erkennen immer gleich so es ist auch gar nicht so einfach hier den weg zu erkennen immer gleich auch überall die piekern oder oh wir müssen ein bisschen beihinden oh also wir müssen da kann ich nicht wieder springen Echt nicht? Das ist doch gar nicht so weit auseinander, oder? Weil ich glaube, wir müssen da rum, ne? Kann das sein? Weiß doch nicht, warum. Achso, wegen der Münze. Na, okay. Wir hätten auch drauf verzichten können. Aber egal, jetzt haben wir sie. Wir werden gleich wieder hier. Zack. Und gleich geht's weiter hier mit Münzen, ey. Jetzt sind sie halt nie mit Münzen, sondern nicht. Ich möchte expandieren, Niederlassung und heute der letzte Schrei. Wir Mann Dragora können von Fisch nicht genug bekommen. Und als einzige Anbieterin von gekochten Essen, Bi-Babo, wird eine sehr beliebte Anführerin sein. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Zeremonie. Ja, die werden wir noch irgendwann erkennen, die Zeremonie. Okay, da kommen wir nicht rein, um unseren Schlüssel. Wir holen uns jetzt. Hier haben wir eine Bombe, die da hinkann. Okay, jetzt bin ich gerade hier runtergegangen, was total dumm war wahrscheinlich. Wenn wir dann hier nicht wieder hochkommen, ne? Dann bin ich hier noch, wahrscheinlich nicht. Und auch hier runter erstmal. Hier sind noch ein paar... Äh, ja. Geht's ja auch nicht weiter? Natürlich sehr schlecht. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Hier wohin springen, oder? Hier sind wir hier oben, aber wie kommt die andere drüber? Okay. Gut. So, wir müssen uns überlegen, wie wir das Rätsel lösen hier. Das geht natürlich da rechts weiter, wie ich sehe. Oh, okay, die stürzen ab. Herabstürzende Felsen. Sonst haben wir schon mal Schlüssel. Was gut ist. Ähm, denn da unten war eine Tür, ne? Ach, das ist ein Falschschlüssel. Für diese Türe ist der Schlüssel nicht gedacht. Das ist nicht schlecht. Naja. Dann ist das wahrscheinlich für die andere Tür, wo wir schon dran vorbeigelaufen sind. Werdet man auch sehen können, bis hin. War nicht ganz so riesig wie die anderen. So, wenn wir die andere Tür suchen, nochmal. Ich glaube, die auch immer denn hier, ne? Oder? Bin ich auch irgendwo hier? Okay. Hier auf jeden Fall nicht. Dann komme ich nicht wieder zurück. Noch ein Weg? Das muss doch hier gewesen sein. Dann kannst du noch einen anderen Weg. Bin ganz sicher. Ah, siehste. Ne, warte mal. Hier ist das richtig drauf gekommen. Oh, ich bin nicht hoch. Ja, was? Dann muss es anders sein. Na egal. Wo kann das denn jetzt noch sein, ey? Wie sieht denn die Gehen aus hier mit den Rumgelörgeln? Ja. Ja. Ah, jetzt haben wir die Bombe. Okay. Wollen wir schnell wieder Bombe laufen? Ah, nein. Aber jetzt aufgang. Aber wir kriegen nochmal Leben. Komm. So. Es geht oben die Tür auf, ne? Okay. Pass auf. Machen wir gleich. Mal. Okay. Okay. Was bringen wir das hier? Okay. Können wir das runter springen? Na gut. Okay. 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 Da drüben. Okay. Da ist unser Blitztyp. Der wird garantiert hier. Oder auch nicht. Der ist hier oben. So. Du weißt immer noch nicht, was uns das jetzt bringt, das Ding. Aber wir müssen auf jeden Fall eine Bombe mitnehmen. Da bin ich mir ganz sicher. Noch ein nächstes Mal. Auf der Schüssel. Okay. Auf damit. Unruhig. So. Oh nein. Oh nein. Bescheuert, ne? Gegen den Glock da oben zu springen. So geht's ja auch. Okay. So weit kann man ja auch nicht springen. So weit kann man ja auch nicht springen. So weit kann man ja auch nicht springen. Los. Jetzt geht's los. Yes. Oh. 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 Kleine Jump and Run. Eineinlage. Da kommen wir nicht hoch. Müssen wir unten noch runtergehen. Okay. Noch weiter runter. Und hier rein. Mann, ist Gas hier irgendwo? Jetzt muss ich mal einen Kristall liegen lassen, damit wir noch einen bekommen, oder? Oh, jetzt müssen wir wahrscheinlich schneller sein als Gas, die da drin. Das kann gut sein. Kleine Wettrennen, kleine Wettrennen. Gehen wir mal hier runter. Alter Schwede. Das geht immer steil runter. Okay, nur so schneller sein als Gas, die. Wahrscheinlich ein kleines Wettrennen. Behaupte ich mal. Weiß ich zwar nicht. Oh. Das ist natürlich gemein, wenn man das nicht sehen kann. Oh, das kann man natürlich machen. Oh. Natürlich dumm. Aber okay, da muss man das Ding benutzen und das ist natürlich echt schwer, muss ich sagen. Wir versuchen es nochmal. What's this, ne? Das war bescheuert. Das war bescheuert. So, nochmal. Also müssen die ganzen Sachen bleiben aber da, glaube ich. Was ist das denn jetzt hier? Jetzt sehe ich mich nicht mal mehr. Das ist doch bescheuert. Das ist leider ein Bug. Okay, wie ihr sehen könnt, seht ihr nur Mütze und Hut? Das bin ich aber, ne? Nicht wundern. Okay, dann warum falle ich denn da runter und sterbe? Das muss ich mir erklären. Bis zum nächsten Mal. Action! 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 Muss da noch irgendwie ein Stein sein, den man unten runterspringen kann erst, oder? Wahrscheinlich, das gucken wir nochmal. Ah, so vielleicht. So, der dritter Kristall. Endlich. Finally, we got it. Gute Arbeit, Ellie. Nur noch zwei weitere Kristalle und wir sind alle gerettet. Was denkt sich Garst dabei? Sie ist offensichtlich nicht darauf vorbereitet. Ach man, nein, sie ist direkt keine Beschützerin. Puh, es ist warm hier auf dem Feuerwerk. Nach der Zerenu werde ich hier verschwinden und nie wieder zurückkommen. Yeah. Gut. Dass man hier nicht Doppelsprung machen kann, würde mir sehr gut zu Gesicht stehen hier in diesem Feuerwerk-Kram. So, wir gehen jetzt mal hier längs. Warte mal, komm mal hier hoch. Okay. Das schafft man ja niemals. Schawke, oder? Du hast aber keinen Fall. Wir gehen hier durch. Verschlagen. Blöic. 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 Hier längst das mal. Oh, aber hier sehe ich, kann man auch noch eine Bombe hinwerfen, das machen wir nochmal. Oh, lauf. Okay, müssen wir nochmal machen. Also wir haben nicht genug Leben eigentlich mehr, aber wir haben ja keine Tumpe. Okay, das war's, natürlich dumm, sehr dumm war das, oh, muss ich alles machen, alles nochmal, vor allen Dingen, sind ja nur zwei, drei Sachen, aber was passiert? Okay, ich bin nicht hoch, ne? Okay, ohne den Weg zu laufen. Okay, müssen wir hier alles nochmal machen. Das ist alles, aber, ein Stückchen da, ne? Ja. Boah, ich war ja so dicht dran, da muss doch irgendwas Besonderes dahinter sein, oder? Oh, wenn sowas da ist, dann ist immer was Besonderes. Oh nein, dann sterbe ich da wieder. Okay. Jetzt reicht es. Na, ich probiere das trotzdem nochmal. Jetzt will ich wissen, was da ist. Wahrscheinlich was total Unnützes. Aber ich will das Unnütze haben. Denn ich bin der Sammler von unnützen Dingen. Oh, ich bin auch so dicht dran. Oh nein. Muss noch schneller sein, noch schneller als sonst. Ja, schon der Turbo-Man hier. Gucken wir es nochmal. So. Oh, guck mal. Eine Münze. Naja, ich wollte es gucken, ob ich es schaffe. Ich habe es geschafft. Ja. Das schaffe ich ja niemals. Das schaffe ich doch niemals. Das schaffe ich doch niemals. Alter, das sind aber präzise Sprünge, die man hier machen muss. So, nochmal. Oh. Das schaffe ich nicht. Wo muss ich das schaffen, ne? Das ist das Problem. Wir brauchen die alle. Also man rutscht doch gleich ab. Das schafft man nur beim ersten Mal. Da kann man nicht nochmal, wenn es stirbt. So, jetzt nochmal. Eigentlich noch. Mann, 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 Mann. Also nicht super schwer, aber war schon? War schon nicht ohne. Okay, warte. Okay. Okay. Oh, lauf. Perfekt. Auch ein perfekter Abschluss für unsere Folge. Gucken wir, wo es uns das nächste Mal hinführt. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.